Hallo, ich bin Sebastian aus dem Radio 7 Morgen Team. Das hier ist ein Fußball und der Hauptdarsteller in unserem 77.000 Euro Schuss neben euch natürlich. Denn wer von euch dieses Ding auf unserer Torwand beim Stadtfest in Neu-Ulm dreimal unten rein, dreimal oben rein schießt, gewinnt 77.000 Euro. Ich mache nicht mit. Erstens, weil ich nicht darf. Zweitens, weil ich null garantiert treffen würde. Ihr seid besser? Dann jetzt anmelden auf radio7.de.